h die Flaxe ist wieder da die ein in die 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 und damit noch mal herzlich willkommen zu diesem neuen Video mit die Flaxe heißt wie ein Volk an der ist mal wieder da der lebt noch die vier Jahren das war zwar ein ungefähr eineinhalb Jahre eineinhalb Jahren also bei mir vielleicht ab und zu auf deinem Kanal gesehen aber ja genau also mir auf dem Kanal ist der liebe junge vor einem halben jahr das letzte mal gewesen ungefähr und bei ihm selber vor eineinhalb Jahren das geht doch nicht weiter deswegen im big announcement die man hat ein neues Video ja also zumindest nehmen versuchen wir das gleich aufzunehmen vermuten ich habe ein neues Video wenn mein Aufnahmeprogramm es erlauben würde also wenn ihr kein Video mit jemand findet dann kommt es irgendwann wisst ihr auch warum es kommt noch dieses Jahr keine Sorge es kommt bestimmt noch dieses Jahr wenn überhaupt mein Video noch dieses Jahr kommt also 2019 wir müssen wissen wir nehmen das hier gerade im september auf 2019 2019 ich würde das Datum sagen aber ich weiß ich bin dann schneidet und ich werde es wahrscheinlich es wird ein bisschen länger dauern vielleicht auf jeden fall vielleicht kommt dieses Video vor Oktober wir sind obwohl man kann man das Datum bei mir auf dem Bildschirm sehen nein kann man nicht september meine freunde september ach ja übrigens zwei jahre mein tendo ihr keinen leute ach diesen monat sind ja zwei jahre als uff habe ich voll verpeilt übrigens jemand ja hast mich schon erzählt dass du das verpeilt hast also das Ding ist ich habe gar nicht gecheckt dass die zwei jahresmarke überschritten wurde ich habe überlegt hm soll ich mal was machen guck auf meinen Kanal oh zwei jahre mein tendo ich so herzlichen Glückwunsch dann ja das geht so schnell ja das geht so schnell jetzt ist dieses Jahr gar nichts gekommen obwohl vielleicht schneide ich dieses Video extra aufwendig wer weiß ii 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 ja so ich blende jetzt hier mal ein wie lange ich für den Schnitt brauchte ich bin jetzt an dem Modul 4 angekommen Modul 4? ich bin Modul 5 und wir sind gerade wir sind gerade gleich gut ungefähr ich krieg diesen Einsprung nicht hin ich kotze gleich ich kotze gleich komm Modul 6 es ist ja ach man ey ohho nice ein Bogen Enchantment Table yes oh Entschuldigung jetzt war das Kohlensäure Oh mein Gott und so beginnt man die zweite Runde geil ja finde ich extrem wo ist der scheiß ah da ist die Enderjet und brotte dich die fast übersehen ich hätte mich fast übersehen ich wäre fast du hast sie übersehen nein oh schade wir sind in einem Team und er sagt oh schade aus ich bin finde ich witzig ich will trotzdem gewinnen mein RTL geht nach diesem video geht nach diesem video sie waren auf den kanal und ein abo da das hat so ein unterschied wie schwarz und weiß weißt du bei dir man sie zu du schaffst bei mir sieht man sich bei jedem Schwung nach voller oh Gott das ist entertainment ja genau wir haben einmal Ski bei Ichivan und einmal entertainment bei mir weil in seinen eigenen Aufnahmen zeigt er sein Ski den er wirklich hat bei mir beleidigt er nur rum ich beleidige nicht ich habe heute noch keine einzige beleidigung oh Gott alter modul 5 wieder mein größter feind zurück ins im Bis zum nächsten Mal. 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 Ende gut. Wir sind tot. Ähm. Das war's. Mit. Ich hab grad vergessen, was ich sagen wollte. Bis zum nächsten Mal.